Andere können bei Taschen nicht widerstehen, bei mir sind alte Blütenstücke. Eines unserer absolut lieblenden Stücke, findet sich sehr selten, ist ein französischer Werkstattschrank. Und wir nutzen den als Bar und als Geschirrschrank. Oder auch hier so ein alter Eisenbahnpalettentisch, den wir als Sofatisch umgebaut haben, den haben wir abgeschliffen, versiegelt. Das finden wir einfach sehr schön, diese Kombination aus dem sehr schlicht minimalistisch-puristischen, gepaart mit solchen industriellen Möbelstücken, gerade auch wenn sie aus Holz sind.